Der erste Kampf des heutigen Tages findet statt zwischen zwei Mädchen, die zum ersten Mal dabei sind. Und zwar in der blauen Ecke die Heike. Heike, kommst du in die Mitte? Und in der roten Ecke die Vanessa. Also heute die Heike gegen die Vanessa. Wir freuen uns auf einen spannenden und fairen Kampf. Kommst du bitte? Und Ring frei! Ring frei! 1, 2, 3, 4, 5. Der erste Kampf gegen Vanessa. Es steht 1 zu 0 für Vanessa. Es geht gleich weiter. Kommst du noch mal zurück? Geht weiter. Ring frei! Stopp! Entschuldigung. Noch mal zurück. Ring frei! Ring frei! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Eins, zwei, drei, stopp. Und weiter geht's. Ring, frei. Eins, zwei, drei. 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 Okay. Auf geht's zur dritten Runde. In der Mitte. Ring, frei. Ring, frei. Er steht eins zu eins. Und weiter geht's in der dritten Runde. Ring, frei. Ende der dritten Runde und das Ende des Kampfes. Ich komme noch zur Mitte hier. Vanessa. So, ich denke dafür, dass die beiden zum ersten Mal gekämpft haben, haben wir einen sehr guten und spannenden Kampf gesehen. Und ich glaube, wir haben auch ein gerechtes Ergebnis gesehen. Eins zu eins. Unentschieden. Applaus Und weiter für Feikel und weiter für Vanessa. Die beiden, zwei, drei, zwei, drei. Das war's.